Und jetzt die Möglichkeit. Lumpy Lamberts läuft allein auf. Neuer zu. Mach es Lumpy. Mach es. Tor. Tor. Tor für die Fortuna. Es ist Lumpy Lamberts. Lumpy Lamberts. Der Düsseldorfer Jung. Der Düsseldorfer Jung. Liebe Fortuna-Familie, unser Verein konnte sich in den vergangenen Jahren erfolgreich im Profifußball zurückmelden. Langfristig ist der Erfolg eines Traditionsvereins eng verbunden mit einer professionellen Nachwuchsarbeit. Da ist es gerade auch für unsere Fortuna sehr wichtig, diese Talente im eigenen Verein intensiv zu entwickeln. Wir Fans wünschen uns neben dem sportlichen Erfolg vor allen Dingen Spielertypen, die sich mit unserem Verein identifizieren. Jungs, die hier bei uns groß geworden sind. Es ist deshalb jetzt an der Zeit, dass wir in Düsseldorf endlich den nächsten Schritt gehen und gemeinsam den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft legen. Wir brauchen bei Fortuna ein modernes Jugendleistungszentrum, um den Nachwuchs zu fördern und damit wir gegenüber den anderen Vereinen nicht zurückstehen. Damit Fortuna weitestgehend auf die Aufnahme neuer Kredite verzichten kann, möchten wir gemeinsam mit der Fortuna-Fanszene und der Düsseldorfer Wirtschaft helfen, dass diese Pläne endlich Realität werden. Wir haben deshalb eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. Mit deinem Beitrag unterstützt du den Neubau des Nachwuchsleistungszentrums Amtlinger-Burch. Wir dürfen bei Fortuna keine weiteren Talente mehr verlieren. Es ist Zeit für neue Identifikationsfiguren. Wir Fans haben in der Vergangenheit bereits etliche Male bewiesen, dass wir in der Lage sind, Großes zu besürgen. Und das schaffen wir auch dieses Mal. Jeder Beitrag zählt. Ich kann nur sagen, die Idee mit dem Jugendleistungszentrum finde ich fantastisch. Ich muss sagen, es ist eine tolle Idee für die Show. Wir würden nie zum FC Bayern wünschen gehen. Immer zu den Bayern gehen. Wir würden nie zum FC Bayern wünschen. Vielen Dank.